Vielen Dank. Danke, Flanke. Genau da soll der Ball hin. Und das ist dann brillant abgeschlossen. Jetzt haben sie den Ball wieder. Ganz klar, da muss er Freistoß bleiben. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Er pfeift sie zurück, es gibt abseits. Da trennt er ihn fair vom Ball. Da kommt der Versuch. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Ist ja gut hingeächtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Jetzt vielleicht. Und er trifft. Und damit packt der BVB noch eins drauf. Die Führung ist schon sehr komfortabel jetzt. Ja, Wolfgang, unter normalen Umständen gewinnen sie dieses Spiel. Also mit der Leistung auch mehr als verdient. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Oh, das könnte was werden. Sie machen das Tor. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schon guckstlos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Tolles Zuspiel. Gefährlich. Keine gute Aktion. Das könnte sogar Rot geben. Und den Ball hält er problemlos. Sie verlieren den Ball. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Den schießt er schön flach in die Ecke. Superschüsstechnik. Genau da sollte der Ball hin. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Die Loch unterzeigen hier eine überragende Vorstellung und lassen den Gegnern nicht den Hauch einer Chance. Das ist eine echte Überraschung. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht. Und er schießt. Große Freude kommt da jetzt nicht auf. Ja, aber nachvollziehbar. Rückstand ist zu deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. Gelbverdächtige Aktion. Das könnte durchaus geahndet werden. Was macht er draus? Ganz hartes Einsteigen. Könnte Platzverweis geben. Gute Aktion. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Da ist das Tor. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Unglaublich, was hier heute passiert. Beide Teams haben vor... Der Angriff könnte was werden. Der Ball ist drin. So, jetzt haben sie die Überzahl genutzt und machen das Tor. Du musst das dann einfach konsequent ausspielen. Dann bekommst du deine Chancen. So wie hier. Ziemlich hart. Er muss sich zurückhalten. Er hat schon Geld gesehen. Ja, schwacher Ball hier. Klasse Pass. Tolle Parade. Da muss er sich ganz weit strecken. Ja, sie können erst mal klären. Macht er ihn. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Wie der Ecke. Mal sehen, was sie draus machen. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Sieht gefährlich aus. Gehalten, aber weitergeführt. Elf Peter. Ganz klar. Da ist er drin, der Helfer. Ein unfassbar offensiv geführtes Spiel bis hierhin. Beide Teams treffen. Mit der Aktion holt er sich wohl Gelb ab. Die Distanz ist enorm. Also ich glaube, das wird er nicht direkt machen. Jetzt vielleicht. Dacke macht. Da haben sie sich klasse durchkombiniert. Und dann macht er plötzlich ganz frei. Und so eine Chance nutzt er dann. Das ist ja klar. Das zeichnet einen echten Torjäger aus. Er steht genau da, wo der Ball hinspringt. Klar, nachdem er... Er gibt das Foul. Und der Spieler war schon verwarnt. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Da kommt der Pass. Er kommt raus. Ball abgefangen. Was macht er draus? Es gibt drei Minuten obendrauf. Wurde gerade angezeigt. Schöner Pass. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Macht er gut. Und er geht nicht rein. Spitze, wie er den gehalten hat. Noch ein Eckball. Eck in den Strafraum. Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Gefährlich. Der Torwart ist da. Hechtet zum Ball. Und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen Klasse-Keeper aus. Ein echter Rückhalt. Freistoß. Und wenn er Pech hat, fliegt er jetzt vom Platz. Das Spiel ist heutzutage einfach so extrem schnell. Wenn das Timing nicht stimmt, dann ist man zu spät dran. Ja, so wie er hier, Wolf. Und er war bereit. Platzverweis. Und das ist damit automatisch auch das Ende dieses Spiels. Das. Super Pass. Macht er gut.